Also wir sind die Gruppe Egnerländer. Wir sind entstanden, wie es der Name schon sagt, hier aus Ehingen. Wir haben verschiedene Spieler dabei, aus verschiedenen Teilorten, sag ich jetzt mal, von der Baulkamera. Und dann haben wir von Ringen hier Kameraden dabei, von Ehingen natürlich, Almendinger bis Kirchbierlinger, genau. So in der Richtung haben wir uns einfach mal zusammengefunden. Ja und wir haben einfach Spaß, wir sind junge Leute, wir sind freiwillig hier, haben uns selber gegründet. Wir sind entstanden vom Gymnasium raus und haben einfach Freude dabei. Wir haben eine klassische Blasmusik, quasi ein kompletter Gegensatz zu aktuellen Charts oder, ja was sage ich mal, andere Gleichaltrige in unserem Alter hören. Und gerade wie es der Name sagt, die Egnerländer, das ist eine Ableitung von den Egerländern. Egerländer sind ja bekannt für Top-Blasmusik und ja, den Style, den möchten wir halt aufnehmen. Weil uns gefällt es einfach mit einem Freund an der Blasmusik, wie es der ich vorher gesagt habe. Wir sind auch alle aus verschiedenen Musikvereinen und möchten das einfach noch ein bisschen mehr ausleben. Warum macht euch das so Spaß hier mit? Es ist Sonntagmorgen, es war 9.30 Uhr, als ihr angefangen habt zu proben. Warum tut ihr euch das freiwillig an? Das ist eine gute Frage. Es war schwierig heute Morgen, auf zum Stand da, ja. Warum tun wir uns das freiwillig an? Ich würde sagen, Erfolg macht es. Das liegt am Erfolg. Ich denke, wir werden nach jeder Probe besser. Und dann muss man halt mal einen Sonntagmorgen in Kauf nehmen. Aber ich denke, uns macht es heute alle Spaß. Und ja, der wenige Schlaf, man kann es mal, einen Tag kann man es mal aushalten. Ich kann mich freuen, an der Blasmusik hier einfach besser auszuleben, wie ein Musikverein. Der Musikverein spielt mir auch vielfältige Musik. Und hier kann ich einfach die Musik machen, was mir am besten gefällt. Wir machen am Abend Blasmusik, Stimmungsabend mit den Egnerländern zum ersten Mal im großen Bierzelt. Das freut uns natürlich schon auf alle und wir freuen uns auch. Das freut uns natürlich auch.